Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte Sie herzlich bei uns begrüßen zu einem weiteren Herbstfest. Traditionellerweise und ich sage ganz bewusst traditionellerweise ist das immer jeweils in Kombination mit einem Thema und das Thema, das uns hier über die Jahre begleitet, ist als solches die größte. Also wir wollen hier den Zusammenhang Technik, Wirtschaft, Kunst jeweils zumindest diesen einen Abend, aber durchaus auch mehr mit den Ausstellungen, die uns über das ganze Jahr begleiten, hier einfach einen gewissen Stellenwert geben. Wir laden Sie dazu ein, sich die Kunstwerke als solches ein bisschen näher anzusehen, zu genießen. Traditionellerweise, schon wieder dieses Wort, geben wir dann einige Stockwerke höher, nämlich in die, man müsste fast im IT-Gedanken in die Cloud 21 sagen, es heißt noch immer Olke 21. Ich bin stolz, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, ich bin stolz, weil wir heuer wieder, wir es geschafft haben, Ihnen eine Reise durch die verschiedensten Strömungen der zeitgenössischen Kunst hier zu präsentieren und das auf der internationalen Ebene. Allem vor allem möchte ich mich bedanken bei der Kogart-Galerie, die Kogart-Galerie, die uns schon seit einigen Jahren begleitet und uns Kunstwerke aus der sehr großen Sammlung aus Ungarn zur Verfügung stellt. Was man über Kogart wissen muss, es ist eine der größten, wenn nicht die größte Privatsammlung überhaupt in Ungarn. Die großen Statuen, die hier neben uns stehen, unter uns stehen, vom Herrn Daniel Bukur aus dem Burgenland, aus Kolst, bestechen jedes Mal. Zum zweiten Mal stellt er bei uns aus, wenn Sie sich erinnern, vor einem Jahr haben wir schon Kunstwerke von ihm hier stehen gehabt und ein sehr positives Feedback und ein sehr riesiges Feedback auf diese Kunstwerke bekommen. Frau Tetusch. Frau Tetusch ist auch eine wiederkehrende Künstlerin. Sie besticht uns durch ihre sehr fröhliche, sehr farbenfreue, bunte Darstellungen. Mario Abessa, ein sehr bedeutender Künstler, Impressionist, der Gegenwart, vor drei Jahren tragischerweise ums Leben gekommen. Was zeigt mit ihn aus? Ein Impressionist, der in der Natur gemalt hat. Wer das zu sagen pflegte, mein Atelier ist die Natur. Wer in der Zukunft lesen will, muss in der Vergangenheit buchstabieren. Das sagt André Malraux, der Schriftsteller, Revolutionär und Abenteurer, der zehn Jahre lang Kulturminister im Kabinett de Gaulle war. Kultur ist eigentlich nur interdisziplinär erfassbar. Was wiederum eine eigene Kultur, nämlich jene des Dialogs, voraussetzt. Und so freut mich die Einladung von Brollisoft, dass ich aus Anlass ihres heutigen Herbstfirmenfestes einige Gedanken zu meinem Lebensthema, zur Kultur mit Ihnen, meine Damen und Herren, austauschen kann. Zitat Kultur ist alles, aber nicht alles ist Kultur. Kultur ist uns nicht angeboren. Ein Europäer passt in die europäische Kultur nicht, weil er biologisch Europäer ist, sondern weil er hier aufgewachsen ist und erzogen wurde. Kultur ist lernbar und überlieferungsfähig und deshalb untrennbar mit Tradition, haben wir heute schon gehört, verbunden, wobei Tradition als Weitergabe des Feuers zu verstehen ist und ja nicht als Anbetung der Asche. Hat Max Frisch recht, wenn er behauptet, wir leben in einer Zeit, in der die Menschen nicht mehr in der Lage sind, zu definieren, was Kultur ist. Nun, wir haben jedenfalls den Versuch gewagt und ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus heard 1 1 2 2 back Bis zum nächsten Mal. Die Familie Kopnitsch betreibt in Kleinbau in Neusebärmsee seit über 500 Jahren. Seit dem Jahr 2010 ist Alexander am Werk. Er ist ausgebildeter Kellermeister. Wir arbeiten im Keller ohne irgendwelche künstlichen Zusätze. Unsere Weine werden nicht geschönt. Es wird nichts zugesetzt. Keine Säure, keine Restsüße. Unsere Weine sind durch und durch echt und natürlich. Es wäre schön, wenn wir euch mit unserer Weine erreichen könnten. Und wenn ihr die Ehrlichkeit und die harte, ehrliche Arbeit auch schmecken könnt. Und wenn wir euch vielleicht davon überzeugen können, dass der natürliche Weg der einzige richtige Weg ist. Dankeschön. Ich melde die Anku in der Welt. Ich melde die Anruhe auf dem Planet der Welt. Das Ziel ist es, die Menschen sind in der Hauptsache. Pride. 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 Ich mag die Anruhe, 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020